Mahlzeit. Wir machen wieder weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind ja immer noch in der lieben, schönen, guten Pyramide. Ja, das halte ich davon. Haben ja mittlerweile schon zwei Hyroglyphen. So, warte mal, ich könnte ja eigentlich... Was ist denn das? Brief von Lance. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Äh, ich bin auf dem Weg zur chinesischen Mauer. Lilly hat mich verlassen, also... Testament entfernen. Niemals. Jetzt stehe ich da. Na gut, egal. Jetzt setzen wir halt immer mal drei Hyroglyphen ein. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Immer mal ins dritte Törchen. Ruhe. Oha. So, das ist weg. Nix gibt's, Freund. Also. Wie? Hier brauche ich achte Will. Oh, ne. Ich habe gedacht, das wäre so ordentlich aufgeteilt. Links nach rechts. Oh, das gibt's doch nicht. Das brauche ich hier für Adewill. Entschuldigung. Mein Fehler. Habe ich nicht mehr gewutzt. Habe, verwandelt dich mal schneller. Woher ich überall die Will brauche. Und brauchen wir auf der anderen Seite zum Ausgleich wahrscheinlich zweimal die Frieden. Sachen gibt's. Wo wurde das Juwel gefunden? Was ist denn der Käse? Jetzt tarnen die sich sogar noch! Meine Herren! Ist ja schlecht! Ich bin noch so einer! Der Vogel! Der ist kaputt! Jetzt brauche ich noch die Shadow hier! Ist noch einer? Da bist du! Da bist du! Brauche ich jetzt hier für eine Sch... Hä? Hä? Also so langsam verwirrt mich dieses Spiel! Dafür brauche ich die Freedom! Hä? Ich weiß gar nicht mehr wo jetzt der Kopf steht! Es ist schon sehr verwirrend! Also nehmen wir erstmal wieder die Shadow mit! Ja, ja, ja! Mach hin! Meine Herren! Ein ewiges Hin und Her! Plapp! Also das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung! Nee, ganz und gar nicht! Nein, dafür kommt es Freedom! Ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss! Ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss! Hier mit diesem ewigen Hin und Her! Das wäre doch die Dauer schon ein bisschen nervig! Nein, da will ich noch nicht hin! Nein, da will ich noch nicht hin! Da wollen wir noch nicht hin! Ich kann das da darstellen! Schon wieder Abwehr! Ich habe ja noch nicht genug Abwehr! Ja! Ja, und jetzt? Ah! Fahrstuhl! Fahrstuhle grande! Technik! Die Gegner sind hier keine mehr! Auch gut! Hier haben wir noch Sicht! Mal sehen! Wir gehen! Pssst! Jetzt geht das Ding wieder hoch! Jetzt geht es hier wieder runter. Wow. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist schön. Ja, eigentlich hätte ich hier auch so runter blubbern können. Aber wo wäre dann der Spaß? Wow. Ja, da ist schon auch noch einer. Ist heute noch was? Meine Herren. Na komm. Geht es mal noch? Was? Das war nicht die richtige? Jetzt kommt da die Treppe anders da rum. Auch gut. Hey. Was schießt doch drüber. Wow. Oh, Stärke. Ja, mal wieder was anderes. Dauert das mal wieder ewig. Hier. Ja. Hieroglyphen grande. Ja. Der Wand ist an der Steintafel. Dauertig. Wo meine Hyroglyphe handelt. Muss versuchen Steintafeln zu bewegen. Du hast eine der Hyroglyphen-Tafeln gefunden. Denn das ist schön. Äh, eintreten. Ja, eintreten ist mal gut. So, ich könnte aber jetzt schon mal. Oh. Kollegah ist weg. Kollegah ist weg. So, warte mal. Was haben wir? Der Vogel. Das und das mit dem UFO. Also, der Vogel, das mit dem Schornstein und das mit dem UFO. So, der Vogel, Schornstein, UFO. Aha. Okay. Also, der Vogel kommt ganz da hin. So, dann kommt der Schornstein. Und dann kommt das UFO. Ist ja leicht, wenn das so wie die Türen unten sind. So. Ich habe mir das schwerer vorgestellt. Flup. So, ich gehe jetzt mal weiter in den nächsten Raum. So, die drei haben wir ja. Auf der linken Seite. Deshalb gehen wir jetzt mal hier weiter. 35 Gegner. Ja. Okay, kaputt. Ich frage mich, was wir hier brauchen werden. Ich bezweifle, dass wir hier die Willen brauchen. Weil hier geht es nämlich ziemlich runter. Oh, Mumien. Gibt es die auch? Wow. Komm. Komm. Hau dich. Mami's alive. Wo kann man da hin? Ah. Dann kommen wir wieder zurück zum Anfang. Ich weiß, wir uns jetzt hier für den Falschen entschieden haben. Was ich wahrscheinlich gemacht habe. Ich glaube, den Shadow werden wir hier nicht brauchen. Ich glaube, der hier werden wir The Freedom brauchen. Ich kann mich aber auch noch düster erinnern. Hier irgendwo in so einer Mumienvertiefung gibt es auch noch einen Weg. Also so ein Geheimgang. Also so ein Geheimgang. Aber da hinten war ja auch noch was. Wenn man das gerade mal so jetzt einfällt. Halt, von da kommen wir ja her. Irgendwo konnte man doch da... Nein. Oder irre ich mich da jetzt? Boah. Ich bin schon so ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Da geht's auch nicht rein. Boah. Da geht's auch nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Bin ich jetzt so verpeilt? Stopp. Stopp. Ja. Habst du doch gedacht. Ist da wieder wer versteckelt? Schon wieder Abwehr? Komm mal. Nur Abwehr. Keine Leben. Nix. Oh. Ein Schatz ist hier. Uah. Was ist denn das? Oh. Oh. Hier brauche ich ne Will. Kacke. Also nochmal zurück. Und uns den Will holen. Oh. 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 екre臨. Oh. Ja. Worden mal rum. Huh. Leiter Can not have limit had died. gehen muss ja auch mal so ein rein in die gute stube brauchen wir den kleinen will ja verwundet mach hin hab's eilig wir essen zeitig gut dass hier keine gegner mehr sind meine herrne meine herrne meine herrne das kann ja noch was werden und hier solche dinge ja 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 Hä? Oh. Wow, was? Geistertrumult! Doppelrotes Juwelen. Meine Herren, was ich für die rote Juwelen hier finde? Wo geht's denn eigentlich da weiter? Was ist denn dann hier? Vergiss es. Hier gibt's auch noch was, was mich auch noch interessiert. Ich will da erstmal die Treppe da runter, bevor es da weiter geht. Und das würde mich auch noch interessieren, was da unten soll ist. Ist zwar kein Schatz mehr da unten, aber egal. Wir haben unser rotes Juwel. Das ist schon mal die halbe Miete. Wo geht's da lang? Kollege ist wieder da. Kollege Vogelkopf. Wir haben alle Gegner Platz machen. Oha. War doch noch was. Da ist er. Da bist du ja! Die Hühnerschrege. Da oben ist auch noch was. Ich muss da hoch gucken. Ich muss da irgendwie da hoch. Oh, nein. Die ganze Döne muss ich. Bäh. Ne, Freunde, so nicht. Und... Aua, jetzt hat er wohl. Stärke. Wilde Bleiche ohne Stärke. Bumm. Ich bin mal durch. Ich hab's eilig. Heiß und fettig. Wui. Wui. Ist er quetscht. Da hat's wohl nicht mehr gereicht. Wuhu. 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 Ich will die Fäckchen da oben platt machen. Hopp! Ah, ich komme da nicht drauf. Nein, ich stecke schon wieder fest. Ich stecke fest. Und wutsch. Ha, geht doch. Wieder Stärke, auch schön. Das war mir der Lebensverlustwert. Gut, noch eine Steintafel. Hier in der Steintafel warnt, da hörte ich Hyroglyphel. Muss versuchen, Steintafel zu kriegen. Hat er auch wieder geschafft. Du hast eine der Hyroglyphentafeln gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eintreten. Was spricht die Zeit? Ja, es ist wieder Zeit, dann diesen Baumhalter einzusetzen. So, was haben wir? Ja, halt. Die will ich. Ja, die kommt hier an vierter Stelle. Ist ja leicht. So. Äh. Äh. Passt. Und Shadow noch mal. Flup. Jupp. Mach mich, Shadow. Klingelingelingeling. Das können wir ohne machen. Das machen wir unten. So. Ich baume. Jetzt geht's wieder runter. drauf. Brp. Blup. Bl. App. estou. Flup. Einmal Leben aufladen, bitte, und dann speichern. Jupp. Gut. Wir führen die Reiten natürlich fort, aber, wie gesagt, nicht in diesem Part, sondern im nächsten. Deshalb bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Hoffe ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend, wann immer die Folge seht. Und sage, Adios, ich bin Feuer und Flamme. Schlechter Witz. Untertitelung des ZDF, 2020